Ich würde mit Sheila gerne umgehen und durchgehen. Darf ich? Ja, klick halt. Spieglein, Spieglein an der Wand. Ist das das Nimmerland? Okay. Der schwarze Ring. Kommen wir jetzt die Reiter von Sauron. Der schwarze Ring haben wir schon mal von der Ollen gehört. Der Händlerin vor dem Ding. Habe ich einen Gotterwecken getötet? Weiß ich gar nicht. Ach, ja in der Tat. Ja, wen denn? Das war wohl die Auftraggeber. Seltene Beute drücke L. Oh, wir müssen reden. Habe ich schon. Oh, die Black Ring itself ist hunting you. Oder at least, paying others to do so. Es ist unmöglich zu erzählen, wie sie arbeiten für sie. Sie sind deine Schwarz. Wir wissen, dass die Reiter von Sauron ist. ja gut dann aber solche noch mal fragen eigentlich nicht mal gucken vielleicht kann man jetzt immer noch handeln oder die greifen uns auch an können doch reden du wolltest den helm aber ach ja eine eine alte job der händler ist okay aber die anderen beiden nicht die anderen fünf nicht das hast du schon ein bisschen in kauf gegangen habe gedacht ich gehe mal einen kampf welche die waren aber alle rot schätzelein ich weiß ich war noch alle rot der einzige der nicht angreifen ist der händler so was mache ich jetzt am geschicktesten ist der da der pfeilmacher der weg ist unterbrochen ich komme erst mal gar nicht an ich könnte es meine katze es sind bis auf du ist keiner im kampf nur noch mal so nebenbei ja dann das ist ja das ist ja eigentlich ich bin mit prinz vor die tür gegangen ja immer weiter ein stück wohin du willst dass ich in kampf gehe aber wo weiß ich noch nicht will wissen wie weit man laufen kann okay bisschen mal sehen ich ich scanne die schon mal was sie können dass sie nicht können der meister schütze mag wasser nicht schweinsmann mag wasser nicht ist das dahinten okay los ist auch im kampf schlangenwurz mag feuer nicht aber ich glaube das freund oder die sind alle vor uns dran alles ja du musst ja mit irgendwie den physischen schutz senken dass du umschmeißen kannst also ich kann so nicht angreifen darf ich dir ein bisschen im blick wegnehmen du meinst dass man jetzt schon schön freie bahn auf mich gibt findest du ja biedel wunderbar freu mich wieder eine neue runde im kampf ich habe es im guten versuch ja ich meine theoretisch wenn die überredung nicht geklappt hätte hätte mir draußen auch schon kämpfen können ja das ist sowieso aufgefallen dass sie uns sowieso getötet hätten weil die uns jagen ja gut aber handeln kann man ja erstmal nicht wir können immer noch handeln der typ ist noch da das sowieso im bremsen ich bin dran ich werde hinspringen und edgy badgy machen mal sehen ob das klappt die hintere erscheint noch nicht im kampf zu sein ich springe mal in die in die goldene mitte und mach mal hier nähe vielleicht geht das ja ich glaube ich nicht du hast nicht so weit das geht doch wenigstens den nahkämpfer zwei marken nützt es fast wenn ich in eine feuerspiele gehe das klang nicht so überzeugt ich will ich auch nicht und das ist nicht das für dich um beten oder was ich habe sogar einen trank der physischen rüstung guck an ja ich sehe da was hat irgendwer ist diesen gegen feuer alle was ja ja resistent gegen feuer du benutzt am besten wasser gegen die männer ich sehe grad dass wir im öl drin stehen ist ungünstig das ist sehr ungünstig wie ist das neppzahn ich bräuchte eigentlich wasser und die damen kämpfen ja noch gar nicht ich dachte schon die damen kämpfen auch schon mit dabei dachte ich könnte man sich bei denen noch einschleimen die sahen so gut aus es sind drei frauen na da haben wir noch richtig spaß glaube ich habe das alles nicht gewollt ich wollte nett sein habe ich nicht wasser gesagt naja ich versuche dir jetzt ungefähr seit drei stunden zu erzählen das lose kein wasser weiß ich ja aber du hättest ihn ja nicht damit angreifen müssen mit wasser denn sonst schützen oder was anderes machen hin und her teleportieren du machst du sonst mal jeder mein nutzloses zeug alles wird gut wir haben hier auch den dicken rooster geschafft dann schauen wir die doch auch ich glaube geplant wäre das sowieso anders herum gewesen hier wasser zufrieden ja ja guck ist also nichts zu brauchen haben die alle tausend dämen hier noch mehr wasser guck so ist fein so mag ich das ich darf nochmal draufhauen schön schön macht er das noch einen für papa jetzt geht er wieder hoch tschüss biedel war nett und so gib mir mit der erste hilfe dann stehe ich wieder auf du stehst wieder auf jetzt habe ich einen punkt zu wenig der hat ja noch für das ist mir eigentlich fast egal wenn wir noch elf ähm ja ja okay hättest du das übrigens meiner beste gegeben hätte ich öfter angreifen können aber ist egal na da hast du recht achso die macht nämlich Wasserschaden macht die übrigens Olli ach kannst du das nochmal sagen Wasserschaden bewirkt mit einer Welle von Metallsplittern Schaden auf Basis der aktuellen physischen Rüstung bei allen in Reichweite auch bei dir es ist aber niemand in Reichweite schade mach doch nee es nützt nichts das ist auch kein Pfeil in Reichweite okay ich verstehe wie viel wie viel Energie brauche ich dafür? zwei hm komme ich da hoch? ja ähm bitte wegen dem Eis ne ja wow das war ein Damage ich wollte es mal ausprobieren okay ja ich darf das nur alle sechs Runden benutzen okay das ist ja dann noch besser ne ja das muss ja auch mal getestet werden oder nicht bloß ist aber physisch nicht so doll dabei ne physische Rüstung ist ja quasi äh dann ist sie schon weg ja schön das hast du jetzt immer noch als Trotz gemacht oder? nein das ist gar wusst ich hab meine Bestie ein bisschen schneller gemacht deine Bestie könnte theoretisch auch die Seelen Drops essen sie hat immerhin Slots dafür na diese Seelen so Tröpfchen du kriegst er Besuch bin ich am Boden ah ich kann Sheila steuern what und was kann sie? das ist die bessere Frage dann kann das Stich Fleischopfer Geistersicht linderte Kälte Heilung und dann war das Erschlag hier Phagis und und Biedel möchten Heilung schon mal ein Plan oder ne aber soll ich was sagen? ne an die komm ich nicht ran weil sie so nicht gepläst hat ist das ein Egoist ey ich komm nicht ran du willst nur partout dass du auch mal ne Wiederbelebungsrolle benutzen darfst anders komm ich ran guck mal ach man der macht mich fettig ich brauch nachher erstmal Kaffee oder so ich trinke eigentlich keinen Kaffee aber nach aufnehmen mit Biedel brauch ich immer einen Kaffee und Baldrian ich bin aber nett ich geb dir mit mir eine Heilung ja ich ich weiß nicht jetzt ne ich will eine Heilung der eine ist doch schon halb tot aber ich dachte schon dass mich da auch teleportiert jetzt räuchte zu ja danke das macht nämlich nur ein bisschen mehr Schaden geht das auch auf Lose? nein macht euch Tränke geht bloß auf Beschwörungen geht das auch auf die Katze? achso ähm die stehen auch relativ günstig haben die denn alle noch so viel physische? mein Gott ja aber du haust dir nirgends du haust dir nirgends drauf ich hau mal da drauf guck mal da jetzt das Feuerfass entzünden ach schade hat er grad Feuer und Eis geschmissen? ja okay ja Phagis steht so ungünstig da kann ich viel machen da unten du wirst doch wohl an diesen Tippi da oben rankommen an den komm ich ran mit minus 10% Angriff ja ist doch scheißegal ey wir wollen gar nichts machen wie sie wünschen euer Majestät wie sie wünschen 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 hätte eine noch mal eingreifen dürfen jetzt müssten wir uns so langsam weg teleportieren okay deine neue Freundin hat Probleme hat die hat die Sahela eigentlich ähm kann die ihre Seelenpunkte nützlich aufbrauchen? nö hat er gar nichts die Griechen sind ab und da jetzt raus ah oh du bitte? ich hab so eine kleine Befürchtung dass es hier drin gleich ein bisschen eng geht ey ich könnte eine Katze schmeißen damit du teleportieren kannst oh dann komm ich nicht mehr weg okay das reicht wieder nicht ah gut was kann Sahela tun damit wir da geschützt sind? nix ungünstig aber die macht magischen schaden liegt da jetzt wasser auf dem boden die eis da kommt der dritter dran natürlich ist das denn ich ja nicht der mit der komischen fratze kommt nach fahr ist dran dessen könnte fahr ist eventuell niederschlagen da müsst ihr mich aber komplett darauf konzentrieren müsste der physische schutzwerk denen kriege ich wahrscheinlich weg ja und dann kann ich ihn auch aus noch muss ich wieder so einen komischen pfeil benutzen ich muss die mal bauen können wenn ich diese bauen dürfte das wird vieles dran oder du machst ihn aus das wäre mir noch lieber wie sich den aus noch zweimal eis oder sowas ja dann verletze ich eher schiele setz ihn vom fernseher machen fernsehen an linken ab ist doch kein eis das war gar nicht so schlecht da ist nur in der kühle das nicht eingefroren ich glaube der ist tavernen wird das schmeißt nur tag ist es dran also wenn könnte ich erledigen ja schließen da bitte machen tot ja es ist nie gut wenn man in den eigenen reihen gegner drin stehen hat da ist noch so viel übrig okay ja ich mache den kaputt dann fangst du dich mit dem brenz schon mal nach unten gehen da soll ich machen geben ja ich mache mir mit dem da oben mache ich eben mit sturm bock auch gut ja schüsse die gemo ordentlich erfahrung was ist der da unten allergisch alle mögen wasser wasser ja alles was ich habe ist der da unten feuer wasser ist doof luft ist auch doof egal aber er ist das schön der prinz schläft ja schläft warum regnet das im haus das besonderes wasser da kann ich nichts machen hier dann lasst du sie einfach stehen was hast du gesagt gegen was ist der also wasser luft und blitz verträgt da ganz gut habe ich glaube ich gesagt das ist gut ich habe gerade alle punkte verloren feuer und wasser marken mit dem normalen treffer kann ich auf jeden fall angreifen bei physischen schutz hat er nicht so viel achso achso oder ja das regnet lange nicht warum aber nicht gewundert da bist du jetzt ganz stolz jedoch die geschwellte brust das ist jetzt auch zu du bist derjenige der am meisten ich habe mache meisten bums ja da habe ich das niedrigste leben was war nur untersuchen vorher ziemlich stark war nicht biel hat mittlerweile ist niedrig zu leben 30 prozent erhöhter schaden wow die kann ich sowieso nichts machen also weiter ich habe kein blitz gesetzt online ja warum ich schon wieder fragte ich mal warum der mag dich nicht da komme ich nicht an dann lauf halt vor du hast erhöhte reichweite ihr schiss das war ordentlich ihr schiss du hast mich da hinten uns betäubt du machst mir jedes mal schaden wollte ich nur mal sagen nach wegen dem blitz dings ja so hier machen einen gekonnten hüpfer normalen schaden zusammen schlafen speichern einsammeln der reihenfolge warum habe ich denn jetzt hier fahrzehn was angeklickt zum looten auch hier was um angeklickt zum looten ich wundere mich gerade um bewegt sich lose nicht mehr da liegt ein tageboot los ist ein kampf nein ich werde die aufnahme kurz pausieren alter dahinten sind noch mehr bis zur nächsten folge